Ich grüße euch Freunde und diesmal noch eine Überwachungsdrohne Graugipfel. Die ist natürlich ein wenig kniffliger, wegen dem Grau, was hier unten rumrennt, meine ich. Nachdem wir natürlich hier alles erledigt haben, warten wir natürlich auf die Überwachungsdrohne, die jetzt erstmal gleich hierher kommen soll. Wenn sie mal herkommt. So, so haben wir hier die nächste Überwachungsdrohne, nämlich... Graugipfel haben wir. Will sucht mich auch auf Instagram und Twitch, die Links findet ihr in der Beschreibung. Beschreibung.